Mein Vater hatte für die Jamaati-Arbeit privaten Computer gekauft und ich habe dadurch den Computer kennengelernt und habe dann langsam mich eingearbeitet in die Programmierung und habe dadurch auch verschiedenes gelernt, was von den Programmiersprachen her. Ich habe die Möglichkeit bekommen, in der Shoba Echad in der Netzwerkabteilung zu dienen und entsprechend auch die Netzwerkinfrastruktur, generell auch die Infrastruktur im Iwane Rhythm zu begleiten und auch teilweise zu administrieren. Vor etwa zwölf Jahren habe ich mit dem Shoba The Bleak angefangen, auch Apps zu entwickeln. Er hatte so die Möglichkeit, auch so viel zu lernen, dass ich dann letztendlich ein Unternehmen daraus gegründet habe und habe dann weiter in diesem Bereich arbeiten können. Und mittlerweile bin ich auch in der Medizintechnik tätig und habe auch dort die Möglichkeit, Software zu entwickeln, die dann anderen Menschen hilft. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr teilnehmt und wir uns am 24. sehen und ich euch mehr über den Beruf der Technik, der IT-Technik näher bringen könnte.